hallo und herzlich willkommen zu einem neuen lifehack von phil filler heute soll es darum gehen was man machen kann wenn der füller etwas kratzt beziehungsweise wenn er besonders viel feedback hat ich meine damit wenn ich jetzt hier über das papier fahre ihr hört es wahrscheinlich schon dann ist der füller doch der hat sehr viel feedback also kratzt jetzt leicht und was man dann machen kann damit das aufhört ich habe hier eine nagelfeile die hat verschiedene verschiedene gerade an feinkönigem material also wie ich jetzt die ganzen sachen hier polieren können also hier sind mehrere steps drauf die habe ich von dm koste irgendwie vier euro oder so und hier habe ich dann die steps fünf polieren und sechs glänzend für fingernägel und damit der füller jetzt ein bisschen snoozer wird also glatter mache ich jetzt folgendes ich male hier jetzt kleine achten darauf also ich bewege den immer hin und her so wie meine handschrift meine haltung auch ist und damit schleife ich dann so leicht den füller ein so dass ich dann wenn ich fertig bin er dann jetzt nicht mehr so extrem kratzig ist beziehungsweise so viel feedback von sich gibt fangen wir mal an man merkt hier schon beim einschreiben dass der füller so leicht hat am anfang aber wenn man jetzt zwei dreimal über die stelle darüber gegangen ist dann ist das auch kein problem weil der hat hier jetzt persönlich nichts mehr kann man ziehen aber fein drüber gehen vor allem bei den chinesischen füllern ist so dass die jetzt nicht so schön glatt sind und so schön gleiten da habe ich die jetzt hier schon oft mit so einer nagelfeile bearbeitet link zu der lagelfeile preis ich packe ich unten in den show notes rein da könnt ihr mal gucken weil irgendwie die dinge heißen aber ich könnte mir vorstellen die gibt es auch von anderen herstellern im netz gibt es dann auch anleitungen mit mit so mesh mit so mesh oder feinem schleifpapier was man baumarket mit einer ganz feinen körnung das habe ich persönlich auch probiert ja aber das war jetzt nicht so gut und hier mit der nagelfeile habe ich jetzt das beste ergebnis für mich jetzt hinbekommen und die kostet jetzt echt nicht der echt nicht die welt die nagelfeile und ein zweimal darüber gehen ja ist schon viel besser geworden ja man kann natürlich auch ein bisschen noch drauf schreiben so also man kann jetzt direkt für seine handschrift auf der nagelfeile einschreiben also funktioniert sehr sehr gut und ich finde der schreibt jetzt schon viel viel besser und ist nicht mehr so hakelig also hat jetzt bloß noch geräusche und das resultiert jetzt wahrscheinlich noch schlussendlich darauf dass das hier eine f feder ist und die dann natürlich ja die kraft die ich jetzt hier aufbringen auf das blatt papier naja ist halt jetzt hier über so einen ganz kleinen metall also hier an der kugel hier vorne ist jetzt hier so ein bisschen nur das ein ganz kleiner punkt wo die kraft aufgebracht werden und deswegen ist es hier ein bisschen lauter wenn jetzt die feder ein bisschen breiter wäre das jetzt nicht so laut aber dafür läuft das jetzt hier wieder akkurat also verhackte ich jetzt hier nicht gefällt mir gut wie gesagt klein achten machen so wie ihr den füller haltet und dann zack habt ihr den so leicht eingeschritten ihr könnt ihn dann wenn er hier bearbeitet hat wenn auf nummer sicher gehen wollte mit einer ohrendusche auch noch mal den füller spülen so das falls jetzt hier so ein bisschen von dem schleif granulat was sie abgegangen ist vielleicht hier in der feder drin ist könnt das noch mal klar spülen und dann ist auf jeden fall draußen also ich mache das immer auf nummer sicher ich weiß nicht ob es zwingend notwendig ist aber dann wenn ich den jetzt hier mit bearbeitet habe dann ist jetzt nicht mehr so kratzig also dann läuft er wieder gut was anderes was sein kann ist das hier vorne die zwei zinken also wir haben ja hier ist quasi theoretisch die iridium kugeln dann geht er jetzt hier die feder so ab und die zwei zinken also hier wird dann quasi so durchgeschnitten die feder hier vorne und dann kann es sein dass das jetzt die draufsicht wenn man die sich anguckt dass die zinken so ein bisschen also wenn man jetzt direkt drauf guckt dass die zinken so ein bisschen nicht dieselbe höhe haben dann natürlich wenn ich dann jetzt hier über das papier ziehe dann kratzt dann natürlich hier so ein so eine ecke immer und das musste ich dann hier mit einer lupe mir angucken und dann kann man die sich zurecht bieten so dass dann die zinken wieder parallel stehen also so dass es dann wenn ich jetzt hier das angucke dass sie dann wieder so stehen damit die nicht mehr sich ins papier fragen so würde ich dann das kratzen auch wir hinkriegen dass sie nicht kratzt aber jetzt hier im allgemeinen fall sind die zinken ja hier nicht irgendwie verbogen und wenn ich jetzt hier ein zwei mal über das ja über die maniküre über das maniküre set hier drüber geht dann kriege ich das hin dass der füller nicht mehr so kratzt ja ich hoffe es war hilfreich für euch wenn es euch gefallen hat lasst bitte ein abo da gebt mir daumen hoch falls ihr noch weitere fragen habt bitte in die kommentare schreiben ja auch vielen dank fürs zuschauen macht's gut liebe grüße bleibt gesund bis zum nächsten mal